Ich habe jetzt nämlich innen auch noch Stahlplatten gesetzt nicht dass da das halt nicht dass das halt irgendwas innen beschädigt Es ist halt ein bisschen teurer mit den Materialien aber stört ja eigentlich wir haben ja eigentlich genug Gatling geschützt Gatling geschützt ist ein bisschen größer Position 1 Und Ende Wo ist denn hier Ende Entsfern und Bild ab Hm Hm Wurde irgendwas getroffen von uns Tim Oh das Schiff ist ziemlich beschädigt also ohne Scheiß Ist irgendwas getroffen worden Gerade Ich höre dass ein Gatling die ganze Zeit schießt aber ich weiß nicht auf was das schießt Ja auf die Meteoriten wahrscheinlich So ich habe jetzt einen internen äh Internen Geschützturm gebaut Ich bin gerade dabei alles wieder hinten und auf Vordermann zu bringen Da noch So hier sitzt wieder einigermaßen Da unten noch Ja So Ne da noch Ok Dann macht man alles heil Oh da Ey da unten fehlt was Ich gebe den internen Geschützturm Ne 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 ok das ist so das ist so Internen Geschützturm gebe ich mal ähm Oh Wuhm Oh ist sonst Warum ist denn der große Fracht-Container ist hier nicht angeschlossen oder was Oh Flo Huh Hier sind ähm 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 Am Am roten schiff sind im cockpit vorne zerstört auch nö also nur das glas außen aber trotzdem ärgerlich aber das kann ja nicht machen was ist das hier fünf einmal zwei in der schräge und das da oben ist einmal zwei in jedes könnten wir aber wieder repariert bekommen also müssen wir ein bisschen bauen aber okay dann brauche ich bei innen und mal zwei schräg brauche ich noch hier und dafür brauche ich träger ich glaube wir müssen ja wir brauchen aber dafür noch munition das gelbe schiff der war nicht mehr da das kleine schiff ist nicht mehr da sage ich kannst du eventuell mal panzer glas herstellen kann ich gleich mal gucken weil das bräuchten wir nämlich auch mal das gelbe schiff ist doch doch da ist es ja erst mal hinfliegen ist ja gar nicht so weit weg ich bin nicht gerade voll folge gegen das schiff geflogen na auch kurz ich glaube ich habe das ganze ein bisschen zu stark für uns eingestellt ich glaube ich habe das ganze ein bisschen zu stark für uns eingestellt ach was das ist immer hier meteoriten schauer gibt es also um quatsch ja ich bin schon wieder volle pulle gegen das schiff geflogen ich fliege da nicht noch mal hoch das ist doch scheiße so oft wie ich sterbe ich kann mich aber anschließend sterben hofft aber wir haben hier irgendwo ein blaues schiff habe ich mal gesehen ja blau gehört uns ja ich weiß aber ich weiß nicht mehr wo es ist so ein großes wie unser rotes ach da hinten ich hole das mal her das kann ich das einmal zwei schräge ok das ist ein transportschiff ich hole das dann mal herner perfekt theoretisch nicht schlecht ok doch so ist schlecht ach komm schon ist doch scheiße ich fliege immer irgendwo gehen da bin ich tot was ist denn das für ein krampf gut wo war das schiff jetzt so schiff c ich muss irgendwie mal die blöcke kopieren sonst krieg ich nichts hin hm ach so halt und seh g auf c Es ist Rechtssteuerung. Ah, gut. Oh, wir brauchen viel Panzerglas. Sehr viel Panzerglas. Hör mal so, haben wir Panzerglas überhaupt? Ich weiß nicht. Ja, auch nicht. Das ist das Problem. Also, ich hab keins. Hatten wir vom letzten irgendwie bekommen? Ich glaub nicht. Ja, Panzerglas. Ja, ein bisschen, aber nur. Okay, scheiße. Wir haben nicht viel. Und unser Chef ist... Ah, angefragt. Ad ausgedrückt mal. Ja, ich muss ja brauchen mehr Panzerglas. Oh, fuck. Du warst tot. Ich hab mich gerade gerade von Meteoriten getroffen. Also, in der Luft. Ja, gut. Kann passieren, ne? Oh, könnte schon mal passieren. Ja. Okay. So. Dann gucke ich jetzt mal, ob man irgendwie Stahlplatten produzieren kann. Nee, Panzerglas, genau. Dafür brauchen wir Silizium. Dann müssen wir wohl einen Asteroiden abfarmen. Ja, wir können nur nichts mehr machen. Also, Silizium, wir haben kein Silizium mehr. Das hat hergestellt. Hä, wo ist das jetzt hin? Das Panzerglas, okay. Ja, wir müssen halt SI abformen. Für Silizium, oder? Stimmt, ne? SI. Ja. Ja, Periodensystem der Elemente kenne ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich auch nicht. Okay. Dein ist ein Mining-Transport. Hm. Der fliegt doch hin. Der fliegt auf uns zu. Ja. Das war dann doch. Ich glaube, ich hätte mal überfallen. Wie macht das? So ein Fighterschiff. Ich? Gar nicht, scheinbar. Ich flieg da mal hin. Ich habe aber halt keine Waffe. Ich habe aber halt keine Waffe. Ich habe halt keine Waffe. Oh, 104 Meter die Sekunde. Aaaaah! Okay! Okay. Wir haben doch Waffen. Greifen die nicht an oder was? Nö. Aber ich gleich die. Hm. Oh. Doch. 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 Warum hast du mich nicht abgehalten? Das kann ich ja nicht von allem abhalten. Ja. Unsere Gatling Gun funktioniert nicht mehr. Okay. Ich muss schnell hier weg. Das war jetzt ziemlich scheiße. Hm. Mhm. Also unser Fighter ist ziemlich beschädigt. Ja. Warte Gatling Guns kaputt. Die sind voll böse. Oh Gott. Bremsen. Ähm. Was ist das für ein komisches blaues Schiff bei uns für ein riesiges. Das hab ich da geparkt. Ach ach so. Ach du grad das hättest du gebaut alter. Willst du das auseinander nehmen oder behalten? Ne ne um Gottes willen behalten. Wir können ja nicht alles auseinander nehmen. Okay. Dann heißt es jetzt reparieren. Das Schiff. So. So. Das Cockpit ist kaputt gegangen. Ja. Geil. Dafür brauchen wir Panzerglas. Hm. Weil wir auch. Oh nein. Nicht dagegen kommen. Wie kann man das da auf dem Boden andocken? Äh. Wenn es so Landefüße hat. Ja hat's. Also nur noch einen. Weil der andere wahrscheinlich abgeschossen wurde. Ja dann. Ähm. 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 Musst du die anschalten. Mit gehen deine Leiste ziehen. Anschalten. Dann kannst du es normalerweise. So. Machen wir dann noch eine runde Arme oder was? Mal Geld machen. Ja. Geht nicht. Das ist doch nicht ein tolles Schiff was ich hier geparkt habe. Ja. Nein. Ach Tim. Ich glaube weil das Ding kaputt ist. Hm. Kann ich doch nicht schwöre. Die haben mich abgeschossen. Hm. Hm. Ich hab keinen Bock mehr. Ich? Ne. Oh hier fehlen auch Transportrohre. Da fehlt alles. Beim nächsten Mal mal eine neue Welt. Oh Gott. Die Gatlings sind ganz kaputt. Wir machen beim nächsten Mal einfach eine neue Welt auf. Okay. Oh. Sollen wir dann alles was selbst farmen? Hä? Sollen wir dann alles selbst farmen beim nächsten Mal? Und selbst Plattform bauen und so. Äh. Nö. Gut gab es wirklich gut im Hintergrund? Ah. See? Ich küss mich ein bisschen. Ich küss mich ein bisschen può. Te dämi kur! dem hö. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.